jo ein neuer tag beginnt in rust wir gehen mal los ich habe ja ich habe noch ein bisschen schlafen lassen hier wo ist denn los willst du mit mit zu mit ja komm ich gehe mal ein bisschen raus ach so ich muss da war ja was da war ja was ich muss ja gar nicht rangehen noch mal wo es so kommen wir text so welche irgendwas angreift dann greift er auch mit an so ich hoffe hier ist jetzt ein tier oder sowas kommen 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 wir mit ihr du hast auch bock ne ja du hast auch bock du möchtest was angreifen bloß was greifen wir denn an aber nicht zu nah kommen hier nicht zu nah kommen brauchen ja bloß ein tier ne ein tier oder so eine mumie wäre interessant ich glaube da hinten ist ein schwein das ist auch ein pferd ein schwein und pferd ist schon mal interessant zeit ist es zufällig nicht da ne da ist ein schwein wenn ich damit pfeil und bogen geht er denn auch los geht er denn drauf da er läuft er läuft hier daher er läuft das schwein hinterher ups oder leck wegen dem helikopter er läuft das schwein hinterher das arme schwein warte doch ich will gucken schweine schon dauern was hat er mit dem schwein gemacht muss die klamotten ausziehen da war doch was hast du denn mit dem schwein gemacht du brauchst gar nicht so zu gucken kann man ihn auch eine waffe geben andere kann man ihn eine andere waffe geben dass wir das dann zu wissen ich glaube nicht ich glaube eine andere waffe kann man ihn nicht geben greift den helikopter frankenstein sozusagen mit dem raketenwerfer auf dem rücken und dann greift der helikopter schade ich wollte ein bisschen gucken näher ran wie er das schwein angreift greift das pferd an hier hier fährt du machst ja richtig damage du bist ja richtig op und das ist die leichte variante von frankenstein das ist die leichte variante von einer aufnahme komik immer ran hier schwein da hier das hast du gut gemacht ich brauchte gar nichts machen das schwein damit noch nicht mal angegriffen sehr schön ein zombie wäre jetzt nicht schlecht okay der bär da oben ja auch interessant ja ist schon eine kleine spielerei ne ich hoffe also es vielleicht ist echt ein hinweis darauf dass vielleicht mal pets kommen also in game tiere der bär haut ab ich glaube dass nach rechts nach rechts losgewandert haustiere meine ich haustieren rust sehr doch nice ich hätte gerne eine kuh als haustier in rust da hätte ich immer meine eigene milch die bär da und ballert das schon wieder rum mal gucken ob wir den bär noch finden oh ihr seht es auch nicht mehr ist da nur noch 44 leben lebenspunkte der zombie dieses frankenstein wo ist der bär hin war doch gerade noch ein bär da halleluja greif den bären an komm nein nicht zu mir nicht zu mir nicht zu mir lauf dem bären hinterher wo fährt zu leben hat er noch er ist mutig wie schnell sind die denn du sollst doch den bären hinterher laufen hast schon aufgegeben hier bin ich komm 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 wo ist der bär da steppt der bär was mache ich denn wenn ich tot bin kommt er denn zurück alleine nach hause gelaufen läuft er den ganzen weg alleine nach hause oder bleibt einfach hier stehen und wartet bis er abgeholt wird ja auch mal interessant zu wissen die granate habe ich doch noch hier brennt das da da ist ein spieler da läuft ein spieler rum was macht er denn da der hat ein feuer gemacht ich will nicht da hingehen weil er ist ja aggro hier frankenstein da will ich nicht in der nähe von dem spieler hingehen das wäre nicht so gut ne wollen wir mal erschrecken wir schmeißen einfach mal ne granate oh da dreht er sich um so machen wir auf defense hier god attack any any attacks me ok äh nee komm du nustig es soll nix tun ja hol die waffe raus was ist hier los hello was geht was geht was geht wenn man mit meinem freund unterwegs wo ist mein freund ach da oben steht er jetzt ach frankenstein junior steht da oben ist einfach stehen geblieben da oben man 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 naja sicherheitsabstand ist ja vielleicht auch ganz gut dass er da oben bleibt nicht dass er noch hier ich weiß ja nicht ob das spieler angreift die haben mich gerade das erste mal ins leben erweckt hm äh du machst du mal aus dem zuerst einer frage wie kann ich denn leute zu einer gruppe helden oh da fragst du was muss man mal gucken äh tab guck mal unter tab unten links da sollte irgendwas von team glaube ich stehen ja und dann musst du glaube ich in der nähe sein meinejenigen und dann kannst du ihn einladen naja kannst du mal ausprobieren ne mich oder engl ja da steht ja auch noch ein kollege hier der der marki ja hat geklappt ich danke dir oh dafür nicht ah ok ich wollte noch ein bisschen rumtesten morgen ist ja wieder der große vibe morgen ist ja wieder alles weg ja ja also ich würde nicht mehr was noch nicht mitbekommen hast morgen also der monatliche vibe alle vier wochen kommt ja so ein monatlicher vibe von dem entwickler und dann sind alles hörbar alles alles reset alles wieder bei null also ich würde jetzt nichts großartiges machen außer vielleicht ein bisschen rumtesten rumspielen aber ab morgen ist wieder alles weg oh oh das ist mal da jede ja also der jeder der erste donnerstag ne alle vier wochen im monat da ist eigentlich immer der vibe ne ok ja perfekt wenn der gesteht ne ja dafür nicht so ich geh mal wieder zu meinen ja er steht ja noch da oben tschö viel Spaß noch danke tschö tschüss oh die beiden gehören mal zusammen ach so hab ich ihn da oben gelassen ich weiß ja ich soll ja nicht die spiele angreifen so äh tu nassin er tut also nix ähm follow er folgt mir hier ne follow follow me so guck mal dahinten hätten wir noch den bären aber ich glaube er macht nix mein pet nee der der greift nicht an so guck mal hier ist mein mein freund hier aber ich glaube er macht glaube ich nix hab so eingestellt er macht nix er sieht auch wieder nett aus hier heute man 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 äh 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 jaja der hat ja schon mal gelebt so ein paar mal und ja wenn er mal wieder aus dem ne von tod ins leben zurück gerufen wird dann ist halt nicht mehr so schön ne also irgendwann hat er auch die schnauze voll ne äh äh ja naja nun ist er macht ja nix halt zu gehen würde ich sagen jo kann ich ihn beerdigen Ja, tschüss. Er war sowieso nicht so schön. Oh, das ist doch down. So, ein Treffer, ne, war tot, ey. Ein Schuss. Das war die 5er-Munition, ne? So. Wollen wir mal los hier. Man kann ihn auch nicht looten, ne? Könnte ich ihn zu Hause wieder erwecken, ne? Ich hab ja keine Sachen mehr, ne? Naja, schade. So, war auf jeden Fall lustig. Guck mal, noch zwei Kollegen getroffen hier. Russ-Spieler, zwei Russ-Spiel-Kollegen. Wunderbar, was will man mehr? Ich kann mich jetzt noch selber umbringen mit der Granate hier. Mach ich jetzt auch, ey. Habt ja eh nichts zu verlieren, ja. War schön mit euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis zum nächsten Russ-Folge. Das war's. Mein Test, ja, erfolgreich bestanden. Auch mit Fragensteinsmonster. Ach, so ein Blödsinn muss auch sein. Wunderbar. Macht doch Spaß. Rust immer wieder gerne, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Von Rust bis dann. Tschüss.